Definitiv ein verrückter Weg. Wenn der Porsche hier nicht funktioniert, dann wird es ganz, ganz schwer für uns dieses Jahr. Der Norris Ring passiert sich immer sehr viel. Mal gucken, wie es funktioniert. Willkommen in der DTM, in der City-Circuit der Norris Ring. Wir haben Sponsoren hier, wir haben Freunde hier, ich habe Familie hier, wir haben Kunden hier. Das Jahr macht mich glücklich und ich glaube auch das ganze Team ist nochmal anders fokussiert. Es war extrem stark in Qualifying. Es ist nur 1.5 Tenths, die mich von P1 separatieren. Qualifying ist nicht so, wie wir es wollen. Es ist leider ein bisschen die Tendenz bis jetzt. Es war sehr schwierig und der Start von P9 ist, ich sage, in der Mitte der Messe in Turn 1. Der Start von DTM Race 1 auf 2, dieses Weekend, als wir bereit sind, zu rock'n'roll und race. Ich hatte eine gute Reaktionzeit in der Start und dann habe ich einen Raum an der Seite, wo es ein Raum gab und ich wollte es. Und dann hat er einfach mit den Fahrzeugen gehen. Hier kommt Dennis Holsten, das ist ein langer Weg an der Seite hier. Aber er hat voller Confidence in der Fahrt. Er hat auf den P3 oder hat er? In jedem Restart gab es Kontakt, links, rechts, vorne, hinten. Oh, und er macht Kontakt. Manchmal hat es gut geklappt, manchmal war es ein bisschen schwieriger, aber ich konnte immer ein paar Positionen gewinnen. Lorenz Vantoor ist up to P3 in der anderen SSR-Performance, Borsche. Er hat sich am Ende ziemlich schräg und kaputt gefahren, aber er hat uns zusammengehalten und am Ende hat es gereicht für 4. Er hat sich am Ende der Platz. A lot of things going on, und dann haben wir den Kampf mit Rene Rast auch mit Rene Rast war sehr intensiv. Hier kommt Dennis Holsten, jetzt versucht er zu unterhalb der Rene Rast. Er hat eine schlauhe puncture in seiner Rehe, und er hat einen Fehler gemacht, in der letzte Runde, in der letzte Runde, und ich sah ihn weit weg, ich bin all in für ihn. Holsten, jetzt hat er eine bessere Reaktionzeit, und er hat sich am Ende von Rene Rast, mit der letzte Runde. Es ist großartig, es ist sehr gut. Ich bin glücklich für alle. Alle in der Team haben es geschafft, denn wir haben alle so hart gearbeitet dieses Jahr. Ich bin aber unheimlich stolz und froh, dass Dennis einen richtig, richtig guten Job gemacht hat. Und jetzt haben wir das erste Podium, mit dem zweiten Wagen auf vier. Ja, das ist genau da, wo wir uns aus der Vergangenheit wohlfühlen. Ja, klasse, wenn man so lange vom Kämpfer irgendwo aufs Podium zu fahren, und dann platzt der Knoten. Das ist ja wahnsinnig, das ist voll super. Ich war richtig begeistert. Es ist grandios, also gerade hier am Norris-Ring herausragend. Unglaublich, was die Jungs hier aufgebaut haben, wie klein und eng die Boxen sind, aber trotzdem, wo sind sie hier alle rum? Das kann man eigentlich nur vergleichen, wenn man live dabei ist. Weder Fernseher, noch Bilder, noch Movie gibt was da. Der Sound, das ist einfach Motorsport pur. Und Atmosphäre, top. Es ist toll, dass zurückgekommen ist. DTM Race 2 auf 2 dieses Weekend. Und wir gehen von red zu green. Let's go racing! Ich glaube, ich habe eine Reihe zu passen. Von da an, ich übergebe Götze in Turn 1 auf der zweiten Liste. Ein guter Weg von Dennis Olsen. Für Lorenz, dadurch, dass er von ganz hinten starten musste, war es natürlich schwierig, da viel gut zu machen. Dennoch hat er sehr, sehr viele Plätze aufgeholt und hat das Beste draus gemacht. Der Pitstop war sehr schnell, war sehr gut und haben ja auch einiges an Zeit gut gemacht. Die SSR Performance Team macht einen guten Job in den Pitstop für Dennis Olsen. Wir wollten ihm einen guten Pus in der Reihe geben, und wir haben definitiv auch gemacht, und wir haben auch den B5 gewonnen. Es ist gut, ein guter Weekend. Wir haben beide Räsen in einem guten Weg und ich bin sehr glücklich darüber. Das macht natürlich Lust auf mehr. Wenn wir die Performance jetzt mitnehmen können nach der Sommerpause und am Nürburgring, vielleicht geht er dann doch noch was Richtung Meisterschaft.